Gut. Okay. Der Ludwig wird jetzt einen Kalender drucken, der schwarz vorgedruckt ist. Hier ist die rote Farbe. Jetzt wird das da reingelegt. Und Ludwig muss diesen Hebel runterdrücken, feste. Dann geht das hier hoch. Und fest drücken. Und wieder aufmachen. Sehr gut. Und schauen mal Ludwig, das ist ein Kalender. Und da kann man den Tag, den Monat markieren. So. Und den Tag. Das ist der siebzehnte.